Volleyball ist eine echte Herausforderung, eine ganz besondere Sportart. Denn hier sind viele Eigenschaften gefordert. Unter anderem Geschwindigkeit, aber auch Präzision, aber auch Instinkte, das Vorausahnen des nächsten Spielzuges. Denn ganz ehrlich, viel Zeit zum Nachdenken haben Sie nicht. Sie müssen sofort reagieren. Denn der Ball wird immer mit großer Geschwindigkeit gespielt und Sie müssen mit genauso großer Geschwindigkeit reagieren. Sonst ist der Punkt verloren. Sie wissen das. Und ich begleite viele Volleyballer. Ich begleite ein ganzes Volleyballteam. Und dieses Team ist immer wieder vor der gleichen Herausforderung. Jeder einzelne Spieler schnell und präzise zu sein. Und das oftmals bei hohem innerem Druck. Vielleicht kennen Sie die Situation von Leistungsdruck nach Verletzungen oder nach Niederlagen. Wenn die Mannschaft nochmal angreift, um nochmal Punkte zu holen, um vielleicht den eigenen Status zu erhalten, um die nächste Liga zu erreichen oder um einfach nur das nächste Spiel zu gewinnen. Da kann der Druck ganz schön groß werden. Und Zuschauer erhöhen oft den Druck. Egal welchem Druck Sie ausgesetzt sind, wie groß und wie dramatisch Sie ihn auch erleben. Wir helfen Ihnen, diesen Druck zu bewältigen. Wir helfen Ihnen, schnell und präzise zu sein. Das, was Sie können, wirklich abzurufen. Denn das ist die eigentliche Herausforderung eines guten Volleyballers, einer guten Volleyballerin. Immer das abrufen zu können, was wirklich da ist. Unser Direktsystem ist genau dafür gemacht. Für Ihre Präzision. Dafür, dass Sie Ihre tatsächliche Leistungsfähigkeit wirklich abrufen. Garantiert. Schauen Sie das Video bis zum Ende. Ich erkläre Ihnen genau, wie unsere Hypnosen funktionieren. Ich erkläre Ihnen unser Direkthypnosesystem. Und dann werden Sie mir ganz sicher zustimmen. Das ist Ihr neues Mentaltraining. Ich bin Ingo Simon, der bekannteste Experte für hochspezialisierte Hypnose in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Seit mehr als 20 Jahren entwickle ich Hypnosekonzepte und helfe Menschen wie Ihnen, mit Hypnose ihre eigene Leistung zu optimieren, zu einer völlig neuen Leistungsebene, Leistungsbereitschaft, zu einem neuen Leistungswillen zu kommen. Ich habe mehr als 200 Bücher geschrieben, Bücher zu speziellen Hypnose-Techniken. Die meisten davon sind Bestseller geworden, weil meine Hypnosekonzepte so effizient, wirkungsstark und nachhaltig sind. Mehr als 70% aller Praxen, aller Trainer in Deutschland, die Hypnose anbieten, arbeiten bereits mit meinen Konzepten. Und täglich kommen weitere hinzu. Mit UniB Institute Deutschland steht der stärkste Partner für professionelle, institutionalisierte Hypnoseangebote in ganz Europa an meiner Seite. Und unsere Kooperation steht für Innovation und Effizienz, für Ihren Leistungsfortschritt, für Ihren Erfolg. Denn dafür geben wir jeden Tag alles. Jeden Tag erreichen unser Büro mehr als 100 Briefe und E-Mails von zufriedenen Kunden, Sportler wie Sie, die unser Direkthypnose-Programm bereits erfolgreich genutzt haben. Viele Sportler sind heute auf der Suche nach einem guten Mentaltraining und immer mehr Sportler erkennen die große Chance der Hypnose. Doch es gibt nur wenige Trainer, die sich damit auskennen, nur wenige Mentalcoaches, die wirklich mit Hypnose arbeiten können, so dass es für Sie als Sportler zum echten Vorteil, zum echten Mehrwert wird. Wir wissen, worauf es ankommt, denn wir beschäftigen uns seit mehr als 20 Jahren mit Hypnose, mit Mentaltraining und Hypnose, mit dieser einzigartigen Verbindung. Wenn Sie einen Personal Trainer buchen, kostet er pro Stunde mindestens 200 Euro. Ein wirklicher Hypnose-Experte meistens weitaus mehr. Und wenn dieser Trainer zu Ihnen nach Hause kommen soll, bei Ihnen die Hypnose machen soll, während Sie sich gerade in der Regeneration befinden, dann kostet er ein Vielfaches. Nicht bei uns. Bei uns bekommen Sie ein Direkthypnose-System, ein System, das Sie zu Hause nutzen können. Es ist denkbar einfach. Sie brauchen unser Direktprogramm, nur Down zu loaden und dann können Sie sofort beginnen. Und Sie können alle Vorteile nutzen. Sie können in der Zeit der Regeneration, in der Zeit, die Ihnen zur Verfügung steht, zwischen Ihren Trainingseinheiten oder zwischen Arbeit und Trainingseinheit, einfach Ihr Hypnose-System benutzen. Für mehr Motivation, für mehr Leistungsbereitschaft und für mehr Leistungsfähigkeit. Denn Ihr Körper kann sehr viel mehr Leistung erbringen, als Sie glauben. Und das gilt für alle Leistungsebenen. Wir betreuen Freizeitsportler, Leistungssportler und Profisportler. Seit vielen Jahren arbeite ich als Mentaltrainer für Sportler, für Leistungssportler, für Profisportler. Ich weiß, worauf es ankommt. Ich weiß, wie schwer es oft sein kann, die Motivation aufrecht zu halten. Ich weiß aber auch, wir von UNIBI wissen, dass Motivation in jedem Menschen steckt. In Sportlern sowieso. Sie sind motiviert. Unsere Hypnosen helfen Ihnen, diese Motivation zu stärken und immer wieder zu spüren. Dafür steht unser Direkthypnosesystem. Und Sie fragen sich sicher, was ist das Besondere an unseren Direkthypnosen? Nun, zunächst einmal sind unsere Hypnosen auch tatsächlich direkt verfügbar. In wenigen Minuten, im Anschluss an dieses Video, können Sie Ihr Direkthypnosesystem sofort benutzen. Das ist direkt. Das ist so schnell, wie Sportler es sich wünschen. So schnell, wie Sie die Hypnose brauchen. Doch unsere Hypnosen können mehr. Denn sie folgen einem einzigartigen und ganz speziellen Wirkungsprinzip, das wir für Sportler entwickelt haben, in jahrelanger Arbeit. Auf drei Bereiche kommt es an. Und alle drei Bereiche werden von unseren Hypnosen ganz gezielt angesprochen. Zunächst der Bereich der Motivation. Es kommt darauf an, dass Sie Ihre Motivation immer spüren. Auch dann, wenn Sie glauben, Motivation verloren zu haben. Oder überhaupt keine Lust zum Training zu haben. Auch dann können Sie Ihre Motivation wieder spüren. Denn unsere Hypnosen stärken Ihre Motivation. Unsere Hypnosen machen für Sie die Motivation sichtbar, greifbar und spürbar. Der zweite Bereich ist der Bereich der Regeneration. Sie wissen, wovon ich spreche. Harte Trainingseinheiten erfordern eben auch Regeneration. Für viele Sportler ist gerade die Regeneration sehr schwierig zu planen. Wenn Sie noch berufstätig sind, zum Beispiel als Freizeitsportler oder als ambitionierter Leistungssportler, also neben dem Sport noch einen Beruf ausüben, dann wissen Sie, wie schwierig es ist, dort alle Bereiche abzudecken. Ihre beruflichen Pflichten. Natürlich haben Sie privat auch einiges zu tun. Und dann muss der Sport noch da reinpassen. Sie brauchen einen guten Plan. Da wird die Zeit dann manchmal knapp. Doch in den Zeiten der Regeneration helfen unsere Hypnosen, schneller zu regenerieren. Denn unsere Hypnosen beruhigen zunächst einmal Ihre Gedanken, Ihre Stimmung und Ihren Körper. Und in einem ruhigen, ausgeglichenen Zustand, der so nur von unseren Hypnosen hergestellt werden kann, regeneriert Ihr Körper sehr viel schneller. Nach jeder Trainingseinheit selbstverständlich, auch in Zeiten von Verletzungen. Auch da wird Ihr Körper schneller gesund. Und wir haben darauf geachtet, unsere Hypnosen so aufzubauen, dass genau dieser Bereich der Regeneration ganz stark angesprochen und wirklich optimiert wird. Der dritte Bereich ist der Bereich der Leistungsoptimierung, der Leistungsbereitschaft und der Möglichkeit, die maximale Leistung abzurufen. Das ist nicht nur für die Wettkämpfer unter Ihnen entscheidend, sondern auch für alle, die einmal gerne hart und intensiv trainieren, im Training ans Limit gehen. Ich betreue selbst viele Freizeitsportler, die an keinen Wettkämpfen teilnehmen, die mir aber sagen, dass sie im Training gerne mal so richtig draufdrücken, mal so richtig an die Leistungsgrenze gehen, um zu sehen, was sie draufhaben. Auch dafür sind unsere Hypnosen konstruiert. Wir haben viele Jahre Entwicklungszeit in dieses Sportprogramm gesteckt, damit Sie optimal betreut werden, damit Sie den maximalen Nutzen davon haben. Und Sie haben alle Vorteile, die ein Direktsystem zu bieten hat. Sie müssen nicht zu einem Mentaltrainer gehen. Unser Mentaltraining kommt zu Ihnen. Sie selbst können bestimmen, wo und wie das Ganze stattfindet, nach Ihrem persönlichen Zeitplan. Das geht mit einem Mentalcoach, mit einem psychologischen Trainer, der zu Ihnen kommen muss, nur sehr bedingt oder wird sehr kostenaufwendig. Denn Ihr Trainer muss Zeit haben, so wie Ihr Zeitplan eben aussieht. Das geht meistens nicht. Bei uns brauchen Sie keine Kompromisse einzugehen. Sie bestimmen den Zeitplan. Sie bestimmen, wann Ihre Hypnosen zum Einsatz kommen. Und jetzt wollen Sie sicher wissen, was ist, wenn unser System ohne Wirkung bleibt. Nun, dann bekommen Sie Ihr Geld zurück. Doch das wird ganz sicher nicht passieren. Sie werden die Wirkung sehr schnell spüren, schon nach der ersten Hypnose. Sie werden spüren, dass Sie schneller regenerieren, dass Ihre Motivation stärker wird und dass Ihre Leistung sogar besser wird. Im Training und selbstverständlich auch im Wettkampf. Garantiert. Und jetzt habe ich ein Geschenk für Sie. Denn wir schenken Ihnen nicht nur unsere Passion, nicht nur unsere Leidenschaft, unsere Kompetenz und Erfahrung. Wir schenken Ihnen neuen Sporthypnosen aus Ihrem Bereich. Und was Sie zahlen, ist nur eine einzige Hypnose. Und die ist noch günstiger als eine einzige Stunde bei einem wirklich professionellen Mentaltrainer. Also, jetzt sind Sie dran. Machen Sie es wie ein guter Sportler. Legen Sie los, geben Sie Gas. Nutzen Sie dieses System.